Äh, okay. Jeeeee! Ey, was, wie machst du? Jeeeee! Also diese Elektrospiele sind ja schon immer mein Ding hier, ne? Besser kann's ja gar nicht laufen. Wie war's noch? Ich werd von Rot fertig gemacht? Wie war das noch? Hat da gerade einer hier mit ein paar große Töne geschaut? Hä? Ich weiß, was der als nächstes für ein Spiel aussucht. Es ist nämlich nur noch eins übrig. Nein. Oder zwei. Zwei. Aber er nimmt es. Bibi, 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 bibi. Ey, mit welchen muss ich das eigentlich machen? Mit dem? Ich glaub mit dem. Jawohl, ich hab keinen Steuerkreuz. Du musst es hier mitmachen. Geht nicht! Was ist hintenrum? Geht nicht! Ja, mit dem C-Knopf macht man das eigentlich. Äh, mit dem zweiten digitalen Steuerkreuz, was du eingestellt hast. Oh, ich hab's vergessen. Geil, ich hab keins. Ich hab auch. Ich werd das Spiel hier verlieren, aber das ist nicht schlimm. Ich glaub hier irgendwo die Tasten. Tja. Oh, fuck. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Bibi. Links, oben, rechts und ein Vogel. Rechts, oben, rechts. Reif, rechts. Ich glaub, es ist falsch. Scheiße! Du kleiner Falster! Bitte nicht! Komm schon, bitte. Bibi. Du bist doch ein Mann! Oh, das war geil. Das war nicht lustig. Wenn das Spiel nochmal kommt, hast du verkackt, weil du eh nicht weißt, welche Tasten das sind. Irgendwo hier. Ah, ich glaub doch, warte hier. Ich glaub, das ist oben. Oben, links, unten, rechts. Oben, links, unten, rechts. Müsstest du da mal ausprobieren. Aber jetzt müssen wir den Computer beim Fertigmachen zugucken. Bibi. Ah, komm, mach noch ein zweites, dann verliert. Ja, alles klar. Das Spiel ist gut. Äh. Das endet in einem Unentschieden. Nein. Der, der zuerst abkackt, ja. Geld. Oh, jetzt hat Geld auch mal sterben. Oh, Mitleidspunkte. Ja, Mitleidspunkte werden hier vergeben. Aber Geld braucht trotzdem groß werden, weil er hat die wenige Punkte. Ich glaube, wir haben ein Stück. Ich weiß gar nicht mehr. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Okay, das letzte Radfratzrennen und danach sind nur noch Spiele, die wir... Oh? Ja, fuck. Was ist Fuhal? Das ist Fuhal. Laufen. Sprung. Sprung. Das ist eh... Ach, gefuckt, aber... Naja. Im Unertorn. Ach, scheiße. Nachbarn mit dir mit. P. Das ist bei dir. P. Ah. Fuck. Kapsche. 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 Ah. Ah. Warte. Ah. Ah, mein... mein Daumen. Tut weh, aber ich hab gewonnen. Oh, immerhin dritter. So. Geh. Aber jetzt weißt du wenigstens die Steuerung für deine... Ja, toll. Früh. Oh, ja. Weißt du was das bedeutet? Das nächste Spiel gewinne ich und dann habe ich wieder eine Punkt... Ahaha, du gewinnst! Ach, ich dachte, der will ich schon wieder... Ja, der hat mich schon wieder, ey. Und so hat man... Okay, letztes Spiel. Weil ich gewinn und dann werde ich die Konflikte sehen. Ich hatte mich nicht nur eine Zing... Ah. 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 Was ist das für die Scheiße? Ey! Ey! Ich hab dich nicht verarschen! Ey, das wird's nicht. Ich kann nicht mehr gewinnen. Nein! Nein! Ich kann doch gewinnen! Ich kann doch gewinnen! Ja! Fick den Scheiß! Ja! Den Scheiß! Und jetzt nur noch Pikachu! Ey, wenn jetzt ein Pikachu-Spiel kommt, ich krach da aus! Der hat voll den unfehlen Vorteil! Der kann nur auf der Tastatur hier rumhämmern! Und das ist hier mit meinem Kontroller! Ja, ja, ja! Wer? Wer jetzt kommt? Weiß ich! Dann kommt schon wieder das Spiel! Ich muss einmal lachen, ey! Alter Scheiße, du bist vorne gesprungen! Das heißt, wir sind gleich auf! Siehst du das? Ah! Ich bin gleich richtig schön vorne! Oh mein Gott, hier geht's nicht. Oh mein Gott, hier geht's nicht. Oh mein Gott, hier geht's nicht. Oh mein Gott! 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 Ja! 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 Das ist doch nicht wahr! Ja! Ja! Das ist ja unglaublich! Oh mein Gott! Das klingt... Das hab ich selten gesehen. Ja, das ist deine Belohnung. Du kriegst ein gitziges, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nein, verlassen. Fick dich. Das Spiel ist scheiße. Beschenkt ihm keine Beachtung, ey. Ja, Leute. Es steht 5 zu 2 in unserem Wettkampf. Martin rückt seiner Bestrafung immer, 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 immer näher. Es steht bescheiß. Ich geh immer weiter von der Bestrafung. Ich hoffe, das hat euch mal wieder gefallen. Ich hoffe, ihr empfiehlt uns weiter und bis dahin macht es gut und haut da rein. Und ey, das Spiel ist scheiße. Nur mal so für Marken.